Fast schon traditionell findet auf dem Kirchplatz in Wülfrath am Sonntag, den 27. August, auch ein Kindertheater statt. Und zwar das bekannte Stück von Janosch, Oh, wie schön ist Panama. Da kommt aus Bielefeld das Trotzalledem Theater. Die haben eine schöne Kulisse dabei und tolle Kostüme und machen sich dann mal auf die Reise. Mal schauen, ob sie Panama finden oder was dann da so passiert. Sonntag, 27.8. in Wülfrath. Untertitelung des ZDF, 2020